Hi Leute, was geht ab? Crypto Marco hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen. Die Währung, bei der ein loyaler Bankberater von nebenan dir von deinem Kauf abgeraten hat, weil er meint, dass es gerade Steam Sale ist und dass man das Geld dort lieber investieren sollte. Naja, wir sind hier auf der Seite von Omisego, eine Kryptowährung, die des Öfteren in den Kommentaren verlangt wurde, weil sie interessant ist und dann habe ich mir das Thema angeschaut und es ist wirklich ein Video wert. Wenn dir dieses Video gefällt und du was daraus gelernt hast und es dir einen Like wert ist, würde ich es sehr toll finden, wenn du einen da lässt, unabhängig davon. Vielen Dank, dass du auf meinem Kanal vorbeigeschaut hast, auch wenn du dir nur dieses eine Video anschauen möchtest. Danke, dass du hier bist. Ja, Omisego, unbanked to banked with Ethereum. Also Omisego, wie sich unschwer kennenlässt, basiert auf Ethereum und in diesem Satz steht folgendes. Omisego ist eine öffentliche Ethereum-basierte Finanztechnologie zur Verwendung in gängigen digitalen Geldbörsen, die Echtzeit-Peer-to-Peer-Werteaustausch und Zahlungsdienst agostisch über Gerichtsbarkeit und organisatorische Silos sowie über Fiat-Geld und dezentralisierte Wertungen ermöglicht. Der Zugang soll ab dem vierten Quartal 2017 über das Omisego-Netzwerk und das digitale Wallet-Framework für alle zugänglich gemacht werden. Was hier in relativ komplizierter Sprache ausgedrückt wurde, ist das einfach nur, das ist ein Echtzeit-Peer-to-Peer-Werteaustausch und Zahlungsdienst, ist in dem normale Dollars oder auch thailändische BART und alle gängigen Kryptowertungen in einem Netzwerk miteinander ausgetauscht werden können und zum Zahlen benutzt werden können. Aber mehr dazu später, weil das Problem ist einfach nur, dass in Südostasien viele Menschen keinen Zugang zu Bankkonten haben. Vor allem in den ärmeren asiatischen Ländern ist das ein Problem. Zum Beispiel Leiharbeiter, die aus Myanmar nach Hong Kong kommen, haben halt nicht die Möglichkeit zu arbeiten und dann das Geld den Familien zu schicken, beziehungsweise sie haben die Möglichkeit, aber es kostet einfach nur viel, das Geld zu verschicken. Also wer einmal dieses Problem mit zum Beispiel Western Union hatte, der weiß, dass es doch eine teure Angelegenheit sein kann. Aber nichtsdestotrotz ist Omisego im Gegensatz zu vielen anderen ICOs ein echtes Unternehmen, was bereits seit 2013 existiert, aber hat einfach nur beschlossen, jetzt auf die Blockchain-Technologie zu setzen. Also seit 2013 ist Omisego, beziehungsweise Omisego ein Dienstleister für Zahlungen und ist in Singapur, Thailand und zum Beispiel auch in Indonesien vertreten. So, dann gehen wir mal weiter. Was ist Omisego? Omisego ist die Antwort auf ein grundlegendes Koordinationsproblem bei Zahlungsprozessen, Zahlungsprozessen, Gateways und Finanzinstituten. Durch die Ermöglichung eines dezentralen Austauschs auf einer öffentlichen Blockchain mit hohem Volumen und geringen Kosten bietet Omisego einen Werttransferdienst der nächsten Generation, der über verschiedene Wertungen und Anlagearten hinweg funktioniert. Durch das Omisego-Netzwerk, das mit dem Ethereum-Hauptnetzwerk verbunden ist, kann jedermann Finanztransaktionen wie Zahlungen, Überweisungen, Gehaltsabrechnungen, B2B-Handel, Lieferkettenfinanzierung, Treueprogramme, Vermögensverwaltung und Handel sowie andere Abrufdienste durchführen. Völlig dezentral und kostengünstig. Darüber hinaus werden Millionen von Mainstream-Nutzern in den größten wechselnden Volkswirtschaften der Welt in die Lage versetzt, von der Verwendung von Fiat-Geld zu dezentralisierten Währungen wie Ethereum, Bitcoin und anderen zu wechseln. Was Annahme und Nutzung angeht, so ist das System so aufgebaut, dass die besten Währungen gewinnen. Den letzten Satz verstehe ich nicht ganz, aber im Prinzip ist, wie ich es bereits vorhin erläutert habe, Omisego einfach nur ein System, um zu bezahlen und Kryptowährungen und normales Fiat-Geld auszutauschen. Weiter geht's. Die Omisego Blockchain umfasst einen dezentralisierten Börsenhandel, einen Liquiditätsanbietermechanismus, ein Clearinghouse-Messaging-Netzwerk und ein Asset-Backed-Blockchain-Gateway. Es ist eine skalierbare und völlig öffentliche, zulassungsfreie Blockchain, deren Proof-of-Stake-Konzept durch die Aktivität der Kette selbst gebunden ist. Das Netzwerk ist als ein hochperformantes System konzipiert, das die verknüpfte Blockchain-Konstruktion nutzt. Während das Clearing und Settlement über die Omisego Blockchain erfolgt, werden die Kosten für den Schutz des Transaktionswertes auf andere Ketten externalisiert, die den Wert dieser Kette direkt fördern. Also hier ist nochmal ein schönes Video von den Gründern von Omisego, was, wie ich bereits gesagt habe, es ist zwar ein kleines Schmankerl, aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die CEOs sich in Videos sozusagen positionieren und auch außen zeigen und kein Problem damit haben, für ihre Kryptowährungen einzustehen. Und wer noch dabei ist, wo wir schon beim Thema Ethereum sind, also das ist das, soweit ich weiß, das Management-Team von Omisego und hier sind dann die Berater. Da haben wir einmal zum Beispiel James Poon, der der Co-Autor vom Lightning Network ist, was einfach nur eine deutlich schnellere Übertragung auf der Blockchain-Technologie ermöglicht. Vitalik Buterin, den Ethereum-Erfinder, also es ist auf jeden Fall, also wenn man schon eine Blockchain macht, die auf Ethereum basiert, was ja einige Kryptowährungen tun, dann ist es alles andere an selbstverständlich, den Erfinder einfach nur mit an Bord zu haben. Und somit sollte es von der technischen Seite her keine Probleme geben für Omisego, die ganze Kraft von Ethereum ausschöpfen zu können. Denn wer sich mit Kryptowährungen beschäftigt, der weiß, es gibt Kryptowährungen, die basieren auf gängigen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++ oder JavaScript. Das können die meisten Programmierer, allerdings basiert Ethereum auf einer eigenen Programmiersprache, die Solidity heißt, die komplett anders ist und die erstmal neu gelernt werden muss und etwas exotischer ist. Wieso Omisego auf Ethereum setzt, ist mir noch nicht ganz klar geworden. Es kann sein, dass ich da etwas überlesen habe. Ich bin auch nur ein Mensch und das ist meine subjektive Meinung hier. Ich bin kein Finanzberater. Aber das Problem, was Ethereum momentan hat, ist eben die Skalierbarkeit und die Geschwindigkeit. Also es können nicht so viele Transaktionen pro Sekunde behoben, also getätigt werden. Und es ist noch nicht so skalierbar und nicht so schnell. Aber das sind Sachen, die zum Beispiel in der Zukunft geupdatet werden sollen. Dann haben wir auch noch Roger Verde, den CEO von Bitcoin, der auch sozusagen der Bitcoin-Cash-Guru ist. Also ein absolutes All-Star-Team, was hier vertreten ist. Und wie ich bereits erwähnt habe, auch wenn es Kryptowährungen sind und eine neue Asset-Klasse ist, muss man bedenken, dass man hier trotzdem in Projekte investiert, die nur dann mehr Zinsen abwerfen, als man Geld reingesteckt hat, wenn es ein erfolgreiches Projekt wird und es den Menschen da draußen wirklich hilft. Es würde natürlich keinen Sinn machen, eine Firma, die nichts auf dem Kasten hat, super krass aufzublähen und da Milliarden rein zu investieren, als die zum Beispiel Omisego, die halt einfach nur seit einigen Jahren schon auf dem Markt sind. Also ich gebe zu, es ist jetzt keine Bank, die jahrzehntelange Erfahrung hat, aber die sind schon seit Jahren da, hatten auch Vitalik Buterin, hat sich in dem Zusammenhang auch mit der thailändischen Zentralbank getroffen. Und sie wollen einfach nur allen Menschen in Südostasien dabei helfen, Kryptowährungen zu implementieren in ihr alltägliches Leben und Zahlen einfacher zu machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Menschen in Südostasien leben und was das bedeuten würde, wenn plötzlich 65% der Bevölkerung in der Lage ist, komplett frei Geld zu verschicken. Und hier kann man wirklich sehen, dass es ein Konzept ist, was später echten Wert schaffen muss, was richtigen Wert schaffen kann. Also wie ich bereits gesagt habe, ein ICO machen, erfolgreich, ist eine Sache, Geld ein, Millionen von Dollars einnehmen, ist eine Sache. Momentan sitzt das Geld sehr locker, weil die Kryptowährungen einen echten Hype erleben. Allerdings wird man langfristig auch nur profitieren, wenn die Firma einen echten Wert schafft. Das hat zum Beispiel Apple gemacht. Apple hat während der, ist bestimmt auch damals, ich kann es nicht sagen, weil ich habe mir damals noch in die Bindel geschissen, war Ende der 90er Jahre, Anfang der Jahrtausendwende, auch eines dieser Unternehmen, die in die Kategorie Dotcom-Blase gepackt wurde und dann später aber durch revolutionäre Technologie bewiesen hat, dass das Unternehmen einen echten Mehrwert für die Menschen gibt. In der Kryptowährung derzeit ist es einfach so, dass es durchaus sein kann, dass bei den vielen ICOs, die jeden Tag stattfinden, es den einen oder anderen Blindgänger gibt, der nicht so wirklich, wo einfach nur nicht so ein wirklich tolles Projekt dahinter steckt. Aber Omicigo scheint für mich eine von den Projekten zu sein, die einfach nur langfristig bestehen können. Also ich habe jetzt wirklich viel um den heißen Brei herumgeredet, glaube ich, und oft das Konjunktiv benutzt, einfach nur, weil ich nicht möchte, dass irgendeiner jetzt seine ganzen Ersparnisse da reinsteckt und im Endeffekt bin ich ja kein Wahrsager, ich weiß nicht, was passieren wird. Aber Omicigo scheint für viele Menschen momentan, also ich sehe es ja in den Kommentaren unter den Videos, eine der besten Sachen seit Bitcoin zu sein. Und viele möchten da investieren. Und McDonalds hat zum Beispiel auch offiziell bestätigt, dass sie Omicigo nutzen werden, um Zahlungen mit Kryptowährungen und Fiat-Geld zu tätigen, was auf jeden Fall auch ein Zeichen für die Seriosität von Omicigo ist. Zur Firma Omicigo. Omicigo wurde im Jahr 2013 gegründet und ist ein Venture-Backed-Payment-Unternehmen, das in Thailand, Japan, Singapur und Indonesien tätig ist und schnelle Explosionspläne in die Nachbarländer im asiatisch-pazifischen Raum ausführt. Im November 2016 wurde Omicigo auf Forbes als Fintech-Rockstar vorgestellt. Das Geheimnis hinter dem Erfolg von Omicigo liegt darin, dass wir uns darauf konzentrieren, die tatsächlichen geschäftlichen Anforderungen auf einfache, integrierte und sichere Weise zu verstehen und anzugehen. Mit unserer internen Expertise im Zahlungsmarkt und unseren Erfahrungen bei der Implementierung und Kommerzialisierung von Finanzprodukten glauben wir, dass Omicigo das Potenzial hat, ein globaler Standard für Auftausch und Zahlungen zu sein. Soviel zu den Inhalten auf der Seite. Hier ist übrigens noch ein sehr interessanter Reddit-Post über sechs verschiedene Gründe, warum dieser Dude hier in Omicigo investiert hat, was ich da noch ein bisschen mit befassen möchte. Ich habe das auch genutzt, um etwas Recherche zu betreiben. Unabhängig davon sehen wir, dass Omicigo auf dem 18. Platz ist, was 900 Millionen Dollar im Market Cap hat. Und von der Entwicklung her, war es mal höher. Momentan ist es nicht so hoch, aber in den letzten 30 Tagen eben hin und 17% zugenommen. Total Return of Invest mit 1500%. Also wenn man hier eingestiegen hätte und dann, aha, okay, okay. Also seit dem 14. Juli ist Omicigo auf dem Markt. Momentan wäre kein schlechter Moment einzusteigen. Ich persönlich, wenn ich ein bisschen Geld zu viel habe, dann würde ich einen kleinen Betrag hier rein investieren und sehen, was daraus wird. Omicigo ist eine der Kryptowährungsprojekte, die sehr viel Potenzial haben, weil es einfach nur eine sehr breite Bevölkerungsschicht anspricht. Und diese Bevölkerungsschicht ist vielleicht nicht vermögend. Also die, die kein Bankkonto haben, aber die Zahl ist erstens hoch und zweitens mal ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch irgendwann die Besserbetuchten das benutzen. Und es ist das Ganze sehr viel Mehrwert für den ganzen asiatischen Raum schafft. Und wenn dieses Video Mehrwert für dich geschaffen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like da lässt. Ansonsten danke fürs Einschalten. Wenn du beim Litecoin-Gewinnspiel mitmachen möchtest, was ich jetzt täglich mache, Wali so fleißig kommentiert, dann hinterlasse bitte einen Kommentar und du machst mit. Also vergiss nicht, deine Litecoin-Adresse einzufügen und abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Videos sehen möchtest. Auch wenn ich jetzt heute fast nur über Omicigo gesprochen habe, ohne Ethereum, ist momentan mein Haupteinkommen Bitconnect. Wenn du dir das anschauen willst, dann schau dir auch gerne meine Bitconnect-Videos an. Danke fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.